Ja, moin moin, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Resident Evil 7, nachdem wir gestern so erfolgreich so lange aufgenommen haben. Geht es heute weiter, direkt. Wir sind jetzt in diesem Schiff hier angekommen und wir haben keine Munition, aber unheimlich viele Gegner hier. Und, wie man hat gestern im Stream, glaube ich, auch schon gesagt, zurücklaufen und die Kisten kaputt schießen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, ich weiß auch nicht, aber mit zwei Schuss kriegt man auch so'n... Oh, fuck ey. Geht schon gut los hier. Ah, Schießpulver. Hätt ich mal bloß nicht drauf gehört. Fuck ey. Oh, fuck man. Gibt es hier auch noch einer? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hoffe, ich finde, wir schleunigst irgendwann hier Muni, weil... Zettel. Entfernt mit dem Käpt'n verwandt. Okay, hat gar keine Verwandten. Jo. Schönheit in der schwarzen Lagune. Kann ich bestätigen. Oh, hier ist ein Muni. Sehr geil. Endlich. Was ist da an der Brust? Kann man das an der Brust nehmen? Nee, ne? Ich glaube, ich habe das jetzt 10.000 Mal gedreht hier. Also, man kann hier nichts nehmen. Auch das vorne an der Brust nicht. Das ist, glaube ich, nur ne Taschenlampe. Ne Taschenlampe haben wir ja auch. Ich schränke hier auch nichts. Ja. Psychotonikum. Noch mehr zu lesen. Das ist, glaube ich. Ja. Das war's. Okay, das ist wahrscheinlich der Ausbruch hier auf dem Schiff. Hm, also erstmal heile ich mich, glaub ich, besser. Das Teil schieß ich immer kaputt in den Knochen. Okay, gut. Keine Muni drin, aber es macht ja wenigstens so. Okay. 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 Das war mal ein vorletzter Schuss. Scheiße. Ich habe hier eine Sicherung aufgehoben. Ich bin auch der Meinung, irgendwo einen Sicherungskasten gesehen zu haben. Wo eine gefehlt hat. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo das war. Ah ja, hier. Okay. Wieder zu. Wollen wir nicht wieder zu machen? Also, ganz oben Captain Bridge. Control Room. Und wir sind First Floor. Maintains Room. Ja gut, da waren wir ja schon. Maintains Room. Wenn wir jetzt hochlaufen. Kitchen Dining Room. Okay. Also Küche und Essensraum. Mal gucken, was uns erwartet. So. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt in den dritten Floor. Das heißt, Security Room. Sick Bay. Das heißt, Krankenstation wahrscheinlich. Oder was? Control Room. Und Security. Control Room. Security. Ja, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall müssen wir uns eigentlich Munition erwarten. Hoffe ich zumindest. Ja, hier geht's auf. Alter Schwede, das Kind sitzt da, oder? Das Kind sitzt da und guckt... Na, Freak, man. Ich will ja gar nicht hingucken, ehrlich gesagt. Watch it. What? Why? You need to remember. So we can be a family. What the hell? Also speichern können wir noch nicht. Das ist irre Kind. Äh. Gut. Alte Videokassette. Puh. Dann wollen wir mal was. Das braucht natürlich jetzt so lange zum Laden. Der Z gönn ihm einen Schluck Wasser. Rückspulen nicht vergessen. Der Z gönn ihm einen Schluck Wasser. Der Z beherr gönn ihm. Allen, du wirst arme. Du wirst leper. Und sie hat mich... Sie hat mich durchgemacht. Sie hat mich vor dem Anwalt. Und ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Aber es tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass sie rauskommt. Ja, es ist deine Schuld. Aber das bedeutet nicht, dass ich dich verletzt werde. Sie hat dich nicht verletzt? Das ist Teil ihrer Imprinting-Protokoll. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ja, jetzt sind wir hier wieder in dieser Erinnerung. Ja, jetzt sind wir hier wieder in dieser Erinnerung. Okay. Oh, ich habe eine Waffe. Tatsache, eine Waffe, cool. Eine Erinnerung, eine Waffe. Glaub ich auch noch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Erstmal hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir hier noch was. Pillen? Porno-Heftchen oder was? Nein. Hunting Life. Okay. Oh, ich schicke jetzt das Essen. Kraut. Was ist das hier? Oh, Hunting Life. Kann jemand gerne jagen, wa? Und hier können wir irgendwas drücken. Hier können wir irgendwas verwenden. Ich habe aber keine Ahnung was. Müssen wir wahrscheinlich weiter gucken erstmal. Der zweite Tür. Ist nochmal so irgendwas zu benutzen? Hier ist verschlossen. Second Floor, achso. Du musst ja hier der Dining Room sein, ne? Maschinengewehr-Mutition. Das gefällt mir. Nochmal ein paar Pillen. Jo. Sieht aus, als würden gleich Monster hier kommen. Wie, hinaufklettern? Hä? Ach, da. Achso. Aufklettern? Nee, erstmal nicht. Wir wollen uns ja noch erstmal weiter aufgucken hier. Kurz jetzt gucken hier. Nein, Flo. Ganz sicher nicht. So. Was ist das denn? Dann? Ja, ich bin jetzt noch dran. Ja. Wie geht's das? Sie ist bämmert. Man kannantisch-Mutungen. Es wird viel zu viel mitteilung. Oh, affithsit wird. Oh, toll! Wir werden mehr die Außen auf, wenn es geht. Wir werden ihn viel mehr mit ihrer Außen, wenn wir weitergehmen. Machen Sie sich mal suchen gehen, oder? Ist wir verschlossen? Irgendwann da hinten wird auch verschlossen sein. Dann muss ich oben durch den Schacht laufen. Ja, aber klar. ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem teil zu schießen aber auch schon geil hier war das nicht glaube ich mit hochklettern so super viel gebracht jetzt oder es regnet raus oder ist ja gerade jemand angelaufen oder kommt doch gleich fahrstuhlmusik kuckuck kuckuck oh Ich fahre im 2nd Floor in den Keller oder was? So schön sparsam mit der Munition sein hier, ne? Kraut ist gut, ich glaube ich schluck auf meinen Kraut, so gehts aber schon viel besser. Das war noch ein dicker. Alter Schwede. Verschlossen, war klar. Bombe mit Fernsehen, ne? Kommt jetzt ein Boss oder was? So 44 Schuss. Mehr bleibt nicht mehr. Oh, hier ist eine Flüssigkeit, da kann ich auf jeden Fall ein Halfpack draus machen. Ist es zugegangen jetzt? Oh, das kann man auch wieder aufmachen, gut. Hm. Also dieses Steuergerät haben wir noch nicht. Okay. Ach was der Zufall. Überraschung? Nein. Kann man die Tür mal schließen hier. Flüssige Chemikalien. Herzmittel. Wo? 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 Ja, bist du damit in der Zoo mache? Oh nein, Evie. Ich bin nicht verrückt. Wait. Was hast du mich? Ich will nicht in der Labe leben. Ich will eine Haus. Und ich will dich sein, meine Mutter. Okay, Evie. Ich werde deine Mutter. Just komm mit mir zurück. Okay? Where are you, Evie? Ah, okay. Are you okay? You just worry about getting me off on my back. Oh. Was ist denn jetzt überhaupt hin? Oh, na, großartig. Bombe mit Fernsender. Okay, was soll ich denn damit? Maschinengewehr, das ist schon mal gut ein Kraut. Das ist auch super. Lass mal nachladen hier. Oh. Wer ist denn hier zurückgelaufen? Wo habe ich das gerade übersehen? Woa. 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 Das war nicht so geil irgendwie, oder? Wenn die vielleicht ne Bombe nehmen sollen? Wenn man scheiße draufkommt. Das machen wir dann gleich. Das war nicht so geil. 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 Ich muss gleich so ein Schiff in die Luft hören, oder? Wow, 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 wow! Nein, lauf, lauf! Nein! Ja, der hat irgendwie geklappt, ne? Machen wir Bomben. Nein! NINE! Fuck 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 Auf oder runter? Hier ist versperrt, okay. Dann geht es ja nur hoch, ne? Also hier sind wir ja gestartet eben gerade. Wie bist du hier? Wo ist Evie? Sie ist aus Kontrollen. Without die Träten, sie ist deteriorating. Das ist eine gute Sache, wir haben bereits zu sterben. Nicht sagen das. Sie vertraut dich. Das kleine Mädchen, sie nie vertraut... Okay, wait. Evie, nein, Evie, Evie! Ich habe dich nicht gesagt, Evie, ich habe dich nicht gesagt. Sie versucht, sie zu schützen. Du musst sie kämpfen. Evelyn, stop! Stop, jetzt! Ich habe dich nicht gesagt. Ah! Hm. Ja. Eigentlich habe ich gehofft, dass jetzt die Vision hier zu Ende ist, aber... 3 00. 0 0 0 0 0 0 0 0 Ethan, du hast recht, ich lief zu dir, ich sollte nicht, aber all ich kann sagen, ist, dass wenn du das verstehst, wie süß, und jetzt, diese Rienige mir auf den Sack gerade, ich bin in der Hintergrund da, jetzt, diese Riener, mit dem Sack, wir werden, mit dem Sack. Wir werden immer zusammen sein. Forever. Hm. Amen. Ja, Flo, das ist live. Einen wunderschönen Herr Kuhn. Ja, krankes Kind, oder? Wir können hier erstmal speichern, Gott sei Dank.